Die Oderwache Hallo, ich bin hier eh nicht Die Oderwache Na los, bewegt eure Hintern! Hast du einen gesettet? Ja Ich hab den jetzt verlassen Hä? Genau so muss es sein Und jetzt in die nächste Runde! Füße Hallo, ich bin hier Einfach mal durchs Blech spohlen Einfach drrrr Einen anderen hab ich auch so dreckig geholt Das war das Lustige Hinten Hinten Das war Hinten Das war Das war Pro I Ja Klingt Mappel Scheiße Stuck ich dachte wer oben hat sich schon nicht dringen wir es hinter uns um spiel mit hier nicht. Oh, stuck ist meine Map, das ist dein. Ah, ist mein Glück. Alles nur Glück. Ist deine Map, nicht meine. Ja, ist hinten auch auf der anderen Seite. War ein Reifen, oder? Andere Seite. Andere Seite war ja klar. Wollte wissen, ob andere Seite Reifen ist. Oh, ne. Ich mag die Waffe nicht so doll. Ich hasse sie. Das ist die geilste Waffe. Eine links im Container. Das ist die Lieblings-Waffe. Einer kommt bei dir in den Container. Soll er kommen? Alles klar. Die Pumpe ist so schlecht, Alter. Ich bin natürlich in der Fall, Mann, der schwebt. Ich muss noch mal anschauen. Hinter dir. Ich hab nichts mehr. Aber du hast hier noch getroffen. Ja, ist egal. Du musst aufhören zu reden, wenn du tot bist. Colts geben und dann Schmerz halten. Dann sag ich dann, wenn es kommt wieder durch, wenn ich tot bin. Dann sag ich nix mehr, wenn ich tot bin. Oh, das... Oben. Und in der Base. Base tot. Oben noch. Hat Hits oben. Ist immer noch oben. Oh. Ah! Oh, das war hässlich! Sie sind angeschlagen. Schicken wir sie nach Hause. Nein, Mann, bei dieser Fette. die kommen er springt genau hinter mir runter ja alles gut das war schlecht dass er genau hinter mir untergesprungen ist das haben wir wo? oben hinten bei seiner base bei den reifen oben doch nicht, nein, nein das Spiel ist im Spiel, holt es euch gleichstand, jetzt müssen wir reinhauen, Leute eine Runde bis zum Sieg, auf geht's oben könnte einer drauf sein rechte Seite down einer schön hart erkämpft und wohlverdehnt die 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 die